Herzlich willkommen zu meinem nächsten Video. Heute möchte ich euch auf dem Platz zwei Tipps zeigen, wie wir mehr von innen kommen können. Ich präsentiere euch zwei Übungen, die ihr direkt auf dem Abschlag üben könnt, um euch ein Gefühl zu erarbeiten, bessere Abschläge zu erzeugen. Ich stehe hier auf dem wunderschönen neunten Loch vom Golfclub Hamburg-Holm. Mein Name ist Karl Philburg. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim kommenden Video. Zwei Übungen, um jetzt also mehr von innen zu kommen, möchte ich euch heute präsentieren. Wir stehen hier am wunderschönen neunten Loch des C-Kurses im Golfclub Hamburg-Holm. Und auch wenn diese Bahn vielleicht nicht absolut dafür geeignet ist, einen Draw zu schlagen, möchte ich euch heute hier zwei Übungen präsentieren, wie wir es einfacher machen können, mehr von innen zu kommen. Dazu möchte ich gerne als erstes eine Sache klären. Und zwar, wenn wir mal in die Rückschwung-Position gehen, dann geht es häufig darum, dass man sagt, okay, ich möchte nicht von außen kommen. Ja, das ist diese Bewegung. Sondern ich möchte mehr von innen kommen. Bedeutet, dass mein Schlägerkopf so ein kleines bisschen mehr hinter die Hände fällt und ich ein bisschen unter dieser Ebene komme. Was häufig ein bisschen fehlinterpretiert wird oder welche Betrachtungsweise häufig nicht wirklich zu sehen ist, ist folgendes. Und zwar, dass, wenn wir hier aufschwingen, es auf zwei Arten von außen kommen kann. Und zwar, die erste Art und Weise ist, dass meine Hände einfach zu viel nach vorne gehen. Das wäre viel vorne, das wäre mehr hinten. Man kann es auch sozusagen, wenn ich in den Abschwung komme und der linke Arm parallel zum Boden ist, dann sind jetzt meine Hände eher viel außen. Jetzt würde ich sagen, sind sie neutral. Und jetzt wären meine Hände weit hinten. Das Ganze können wir an der linken Armposition betrachten. Bedeutet, das wäre außerhalb, neutral, innen. Wenn man von außen kommt oder wenn wir mehr von innen kommen möchten, wollen wir immer diese Position anstreben. Also einmal können wir die Hände betrachten, ob die nach außen oder nach vorne gehen. Und einmal können wir den Schlägerkopf an sich betrachten. Weil wenn wir jetzt in diese Position hier schauen, dann sind meine Hände gut, so wie ich das eben gesagt habe. Aber ihr seht, mein Schlägerkopf ist vor meinen Händen, ist außerhalb. Und es gibt eine Betrachtungsweise oder einen häufigen Gedanken, der sagt, ja, ich muss doch hier meine Hände nach unten ziehen. Und ihr seht schon, wenn ich das hier mache, wenn ich meine Hände nach unten ziehe, dann sind meine Hände wirklich in keiner schlechten Position. Aber mein Schlägerkopf fällt ein bisschen nach vorne in diese Richtung. Und das hat ein bisschen was mit Kräften zu tun, die halt im Schwung wirken, die die Hände auslösen, auch auf den Griff. Und zwar, wenn ich hier das Gefühl habe, nach unten zu ziehen, dann wird mein Schläger ein kleines bisschen steil. Und genau für dieses Problem möchte ich euch eine Übung vorstellen, die uns hilft, mehr von innen zu kommen, auch wenn wir, wie hier, auf dem Abschlag stehen und jetzt direkt Hilfe benötigen. Dazu nehmt ihr den Schlägerkopf mal bitte verkehrt herum. Das heißt, so dass der Schlägerkopf nach unten zeigt und stellt euch ganz normal an den Ball und holt jetzt aus. Was wir jetzt machen möchten, ist hinter uns gefühlt in die Erde zu kommen, ohne dass wir uns nach vorne rotieren. Wenn wir das Ganze machen, dann seht ihr, dass mein Schlägerkopf hinter meinen Händen ist und meine Arme, mein linker Arm ist auch hinten. Das heißt, wir schlagen mit dieser Übung zwei Fliegen mit einer Klappe, denn meine Hände und, oder meine Arme und mein Schlägerkopf ist hinter uns, also von innen. Das Ganze machen wir zwei, drei Mal. Wir wollen wirklich hinter uns, also hinter unseren Füßen in den Boden hauen. Man kann diese Übung fehlinterpreisen, indem wir sowas hier machen. Jetzt komme ich auch hier in den Boden oder hier in den Boden, aber wenn wir von innen kommen wollen und es bisher uns nicht so gut gelungen ist, ist es ganz wichtig, dass wir alles immer übertreiben. Das heißt, ich schwinge auf und versuche den Schlägerkopf hinter mir in den Boden zu hauen. Wenn ich zwei, drei Mal oder vier, fünf Mal das Ganze gemacht habe und so ein bisschen ein Gefühl dafür entwickle, dann geht es daran, jetzt in der Rotation ein bisschen nach vorne zu kommen. Und ihr seht, wenn ich die Rotation jetzt mitbringe, dann befinde ich mich in dieser Position, wenn der Schaft parallel zum Boden ist, in einer ziemlich guten Position. Das heißt, mein Schlägerkopf ist ein kleines bisschen hinter meinen Händen. Das Ganze können wir jetzt also auch noch wieder richtig herum machen. Wir nehmen den Schläger richtig rum und haben auch hier wieder das Gefühl, dass wir sagen, ich möchte hier in den Boden kommen. Das ist Übung Nummer eins. Für die Drehung, die ich eben erwähnt habe, möchte ich euch gerne noch eine Übung vorstellen, bevor ich einen Ball schlagen werde. Und zwar nehmen wir für die zweite Übung unseren Schläger an die Schultern, sodass das Griffende mit der linken Schulter abschließt, stellen uns hier wieder in Position. Erstmal stellen wir uns gerade hin und dann versuchen wir uns leicht nach unten zu beugen, sodass er auch die Schlagfläche jetzt mehr oder weniger parallel zu meiner Wirbelsäuleneigung zeigt. Das heißt, hier zeigt meine Schlagfläche gerade nach oben, hier zeigt meine Schlagfläche parallel zur Wirbelsäuleneigung. Wenn wir aufschwingen, können wir gleich darauf achten, dass unsere linke Schulter ein bisschen nach oben zeigt. Und was wir jetzt machen möchten im Abschwung ist, dass die rechte Schulter, also der Schlägerkopf, auch jetzt leicht nach unten zeigt, bis in den Treffmoment. Mein Schlägerkopf zeigt jetzt direkt Richtung Ziel. Ich mache das nochmal vor. Das heißt, im Abschwung rechte Schulter Richtung Ziel drehen, Druck ein bisschen auf die linke Seite bringen. Mein Schlägerkopf zeigt jetzt direkt Richtung Ziel. Wenn ich das Ganze von dieser Perspektive aus betrachte, aushole, meine linke Schulter ist tief, versuche ich jetzt, meine rechte Schulter tief zu bekommen und den Schlägerkopf Richtung Ziel zu bringen. Wir können darauf achten, dass wir in der frühen Position des Finishes immer noch so dastehen, dass die rechte Schulter ein bisschen tiefer ist als die linke. Und erst ganz spät können wir uns versuchen, wieder aufzurichten. Viel zu häufig, wenn man einfach nur daran denkt, ich möchte mich auf den Ball rotieren, kommt er sowas hier zustande. Und ihr seht schon, jetzt ist mein Schlägerkopf deutlich außerhalb. Und wir möchten ihn aber in diese Richtung bringen. Beim Driver ist es dann auch nicht ganz so schlimm, wenn wir dabei ein bisschen mit dem Kopf nach hinten fallen am Anfang. Mit dem Eisen ist das eher ungünstig. Aber mit dem Driver ist es nicht ganz so schlimm, weil der Ball ist aufgeteet und wir möchten die rechte Schulter ein bisschen tiefer bringen als die linke. Mit diesen beiden Übungen will ich jetzt auch mal versuchen, einen Ball zu schlagen. Wollen wir das Ganze jetzt also auch mit Ball ausprobieren. Und dazu tiehe ich einmal den Ball auf. Versuche in meinen Probeschwüngen jetzt das Ganze wieder nachzuspielen. Das heißt, ich habe das Gefühl, ich will hier hinten in die Erde hereingehen und nicht einfach nur das Gefühl haben, ich ziehe meine Hände nach unten und mein Schlägerkopf wird steil, sondern ich habe das Gefühl, mein Schlägerkopf arbeitet hier hinten unten hin. Also eventuell ein bisschen weniger Fokus auf die Hände, sondern ein bisschen mehr Fokus auf den Schlägerkopf. Und jetzt will ich das Ganze mal ausprobieren. Ich stelle mich an den Ball, mache meine Übung. Eins, zwei. Und schaue, dass ich ihn jetzt mal langsam nach vorne gechippt bekomme. Ich probiere das Ganze nochmal aus. Jetzt mit ein bisschen mehr Speed. Gleiche Pre-Shot-Routine. Bei beiden Bällen habe ich es geschafft, dass sie nicht links gestartet sind. Und genau das ist das Ziel dieser beiden Übungen, dass ich ein Gefühl dafür kreiere, wie ich es schaffe, ein bisschen mehr von innen zu kommen. Wenn euch mein Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben, abonniert meinen Kanal, erzählt euren Freunden von meinem Kanal und schreibt in die Kommentare, was euch gut gefallen hat, was ihr gerne beim nächsten Mal sehen möchtet, was ich noch verbessern kann. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Üben. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Bis bald.